Rund 70 heimische Unternehmerinnen und Unternehmer besuchten am 13. Mai 2019 den ersten Lateinamerikatag in der Steiermark und nutzten die Gelegenheit, an nur einem Nachmittag die aktuellen Wirtschaftsentwicklungen und Geschäftschancen in Lateinamerika kennenzulernen. Die heutige Veranstaltung war speziell für mittelständische Unternehmen konzipiert. Man konnte sich ein gutes Bild über Lateinamerika machen mittels Wirtschaftsdelegierten, die hier vor Ort waren, Success-Stories von steirischen Unternehmen, die vor Ort bereits erfolgreich sind. Spannende Keynotes internationaler Experten beleuchten den politischen und wirtschaftlichen Wandel, welcher neue Chancen für steirische Unternehmen bietet. Also wir sind jetzt seit vier Jahren mit unserem Solarprodukt in Mexiko unterwegs und soweit haben wir eigentlich offene Türen eingerannt und haben das Gefühl, wir müssen weitermachen, weil es ein Riesenmarkt ist und es ist sehr spannend. Auch die österreichischen Wirtschaftsdelegierten aus fünf lateinamerikanischen Ländern standen für die Unternehmerinnen und Unternehmer mit Informationen aus erster Hand in persönlichen Beratungsgesprächen zur Verfügung. Weitere Informationen zu kommenden Veranstaltungen zum Thema Lateinamerika finden Sie unter www.ic-steiermark.at. www.ic-steiermark.at.at